Musik 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 Möbel, Möbel! Der Betrieb hat sich ausgefallen! Wir stehen ab! Freutag zur Loslandung Musik 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 Mann, Mann, Mann! Heute ist mal wieder was los! Polizeistelle Hausach Overbeck am Apparat Guten Tag, Herr Overbeck, hier spricht Frau Stein Ich bin gerade auf der Straße zwischen Hausach und Tanneck und hier ist gerade ein Flugzeug gelandet Ähm, aber heute ist nicht zufällig der 1. April? Nein, wirklich! Hier steht ein Flugzeug auf der Straße! Kommen Sie schnell! Okay, kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber wir kommen vorbei Und, bekommst du das wieder hin? Ja, das sollte jetzt gehen Start jetzt die Turbinen nochmals Okay, ich probiere es Musik Schalten Sie umhin, es wählen die Triebwerke ab! Guten Tag, sind Sie der Kapitän dieses Flugzeugs? Ja, es tut mir leid, wir hatten Probleme mit den Triebwerken und musste hier notlanden Aha, das ging aber gerade nochmal gut Zwischenzeitlich konnten wir das Problem beheben Wir müssen dringend weiter fliegen Können Sie für uns die Straße absperren, damit wir starten können? Bitte zeigen Sie mir mal zunächst Ihren Pilotenschein Ja, dann habe ich im Flugzeug Sind Sie denn wirklich sicher, dass alles wieder funktioniert? Ja, ja, wir müssen dringend weiter Ähm, ja, Moment noch Ich muss das mit meinem Team koordinieren Ah, mein Team kommt! Musik Jungs, sperrt die Straße weiträumig ab Das Flugzeug möchte wieder starten Musik Sarah, mir kommt das alles etwas komisch vor Ja, mir auch Wieso wollen die so dringend wieder weg? Ohne genaue technische Prüfung Die sollen mir jetzt erstmal ihren Pilotenschein zeigen Ja, und ich schaue mir mal das Flugzeug genauer an Musik War denn bei dem Start des Flugzeugs noch alles in Ordnung? Ja, wir hatten technisch einen einwandfreien Start Hoho, was haben wir denn hier? Das ganze Flugzeug ist voller Waffen Ach herrje Ich glaube die haben etwas gemerkt Ja, nichts weg hier Mist, die hauen ab Kommt sofort wieder zurück Das Flugzeug möchte wieder starten Ihr müsst das verhindern Ok, wir versuchen es Bitte mit erhobenen Händen aussteigen Sie sind verhaftet Puh, das ist gerade nochmal gut gegangen Herzlichen Dank, Herr Oberbeck Dank Ihnen konnte ein international operierender Waffenschmugglerring ausgehoben werden Ein Dank auch an Ihre Assistentin und an Ihr Team Ohne sie alle wäre das ja nicht möglich gewesen Applaus 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 Vielen Dank.